Herzlich willkommen zurück, Leute! Wir spielen The Walking Dead weiter. Für den letzten Fall sind wir hier stehen geblieben und bevor wir weiter spielen, möchte ich eine Sache ganz kurz anmerken. Ich war die ganze letzte Woche krank, weshalb man es vielleicht noch ein bisschen hören kann, also dieses Verschnupfte und so. Lasst euch da, finde ich, irritieren oder so, ja. Okay, ähm, wir sind hier stehen geblieben, genau. Wir müssen noch zwei Zombies rausschalten, weil, also hier ist ja der eine und der andere ist hier hinten. Deshalb, äh, gehen wir jetzt erstmal hier nach drüben. Okay, so. Das können wir so machen, dass ich nicht gesehen werden, bitte, ja? Und, tschau. Oh. Okay, jetzt ist nur noch einer übrig. Okay. Nehmen wir noch die Axt mit? Die können wir bestimmt noch... Gebrauchen? Oh. Okay. Okay. We'll be right behind you. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Rad. Stop! Just stop! Ich komme raus. Du bist schuld. Oh Gott. Ich habe gesagt, bleib weg. Wir müssen dir helfen. Es ist zu lange für das. Leute, sie hat gebeten. Was? Ich habe gesagt, geh weg. Ich bin gebeten. Aber du kannst nicht einfach weg. Wir lassen dich auf. Du kannst dich gut sein. Ich werde nicht gut sein. Mein Freund war gebeten. Du bist schuld und du stirbst und du gehst und du gehst und du gehst alles, was du findest. Du hast ein Freund? Was? Ich will nicht das. Es ist nicht Christian. Bitte, einfach mich. Bitte, bitte, geh. Ich meine, wenn sie gebissen worden ist, dann. Ich habe eine Brücke. So? Kann ich... ...borrow es? Was bedeutet, borrow? Gib es mir? Ich kann einfach... ... du weißt, end das. Und dann... ... und dann ist es kein Problem. Whoa, whoa, whoa. Bitte, ich will nicht sein, dass sie eine von ihnen sein. Sie sind... ... sie sind... ... satanisch. Gib es ihr. Was? Du kannst nicht ernsthaft sein. Mach es. Nein! Bevor sie sich jetzt einredenken... Hä? Ich hätte es ihnen nicht gegeben. Ich weiß nicht. Ich finde einfach, sie wurde gebissen und bevor sie dann... ... bevor sie sich... ... ja, wisst ihr, was ich meine? Bevor sie da halt... ... das kann man schwierig beschreiben, aber... ... ja... ... ich meine... ... ja, sie sieht ihr an. Sie sieht wirklich... ... kaputt aus. ... und in so einer Situation, ich glaube... ... dann ist es auch nicht besser irgendwie... ... wenn man... ... ähm... ... ja... ... wenn man vor sich her stirbt. Gibt es das? Ihr wisst, was ich meine, vielleicht. Deshalb... ... ja... ... habe ich die Entscheidung getroffen. Hm? Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Yeah. I'm here with you. You're a good man. Everyone all right? Yeah. We had some close calls, but Glenn is fine and... Well, yeah. We're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Okay. Okay. Ähm. We have to get to the pills. Maybe we'll talk again with him. Okay. We'll talk again with him here. I hope it's going to be worse. Oh, okay. Yeah, we can't do anything. We can't do anything. Okay. Maybe with Clementine? Is there something? How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh, no. You know. We're going to try to take care of each other. Yes. Deal. Let me know if you need anything. Okay. That's so sweet. How are you doing, Clem? You know. Back to the motor. How can it be that bad so fast? You know when things are taken away, people do crazy shit. I guess. That's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. You let her do it, you know. You said give her the gun. I know I did. Why the hell would you do that? She didn't want to live. She would have found a way to end it. I... I guess. You can't make someone fight. We gave her the least painful option. What's your story, Clem? I deliver pizzas around here. I brought a couple to the Everards a few times. Sorry. I mean, the folks that own this place. Just really good people. It sucks seeing this place like this. Isn't that the truth? What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. Huh. Yeah, right. Hey there. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole. But, you know. Yeah. Story of the century here, huh? Yeah. And I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio. That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding and I hit the blogosphere. You must have a question. You already had me the question here. It's coming to me so well, but, yeah. That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kind of cute. In that parents' basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. I'd better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Okay, dann gehen wir jetzt mit Doug nach draußen. Denn wir brauchen unbedingt den Flüssel, um an die Pillen zu rangen. How are we doing? Good. Want to go have a look around outside? Let's have a look around. Okay. Okay, und ich weiß, an dem Punkt hier standen wir schon ziemlich oft. Ähm, wir schauen uns nochmal. Aber, ja. Okay, ja. Wir standen hier schon ziemlich oft und jetzt haben wir hier die Axt, womit wir das aufbrechen könnten. Aber ich würde sagen, wir machen das im nächsten Part und schauen dann mal, dass wir in die Schlüssel gelangen. Ähm, ja. Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.